ja zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen spielchen heute oder die nächsten tage denn das wird ein ja wie die adventure maps kein zweiteiliger sondern mehrteiliger adventskalender ja und zwar spielen wir ein kleines spielchen das nennt sich piratenweihnacht ja und was das genau auf sich haben wird werdet ihr dann gleich erfahren kapitän ruhige see keine gewitterfronten wir liegen gut in der zeit was sagt das radar da ist was chef da haben wir was auf dem radar es kommt der chef 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 es kommt direkt auf uns zu das ist das ist direkt auf uns direkt auf uns piraten pilaten piraten ja pilaten klar zum entern du gibt das wort an den ohren das sind ja riesige schatzkisten sind dort nehmt was da tragen könnt jungs sonnfang macht man nicht einmal leben oder das ist der kapitän ich weiß es nicht auf jeden fall ein pirat leide los und im rückwärtsgang piep 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 zur insel höre 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 kapitän knuddel ah ne kuddel kapitän knuddel äh kapitän kuddel arre das nennt euch um eine fette brise äh nu nu steh doch mal nicht so rum knings wollt ihr nur mal ein scherzkisten bringen hui ha 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 doch platz mir hier auf das logbuch und der clever knutscht die planken ran mit der beute übers ran ja und geht den weg lang anstatt da so zwei graswege rüber zu gehen na egal das ist na das ist logisch nu mögt doch mal nicht schlapp machen tun windene plümmen und weiter geht dat äh der eine sieht aus wie von Avatar da der obere ha 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 arre 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 und wie geht das nun auf? ähm ja also alors donc wir haben einen Schatz denn das ist es was zählt denn ist es was zählt ach Schatz ja, ja aber wie geht die schatzkiste nun auf wie geht das denn aus? ach er ach was weiß denn nicht ja also es ist es sieht aus vielleicht kommt sie selber hier könnten wir es doch wohl selber waren von der juwelenkette unterscheiden können alles droht man hier selber machen die stadt für blöd kram sieht ein wenig nach sieben aus nesterpa nesterpa hatte keine franzosen tatsächlich selber so ein bisschen aber irgendwie sie könnten ein ladeverzeichnis fünf tonnen usb sticks das gibt doch nicht schon wieder so ein komischer shitkram und ich hatte mich schon auf und ich hatte mich schon auf einen schätz gefreut mo kapitän vielleicht ist das ja auch von wert was dann alle zeug nehmen wir haben wohl wir haben wohl nur müllkotter erwischt müllkotter ist na egal ich weiß nicht vielleicht 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 klein mir am mors mit dein vielleicht schmeißt das zeug zum restlichen blunder ich brauche erstmal ne pudel rum und wenn ich wieder vor bin will ich die kiste nicht mehr sehen will ich bei dieser akzent da sind wir jetzt können uns bewegen ich wusste dass es geht das ist ein spiel von ich hab's vergessen egal wir sind auf jeden fall pirat kuddel nicht knuddel worden da ist norden und holz genommen wo lücken klaffen waren helden schon tätig ja so sieht's aus draußen ach oh mein gott haben wir noch so ein shitkram werft die mühle so hochstellen tun okay das ist eine mühle pfeffermühle oder was das können wir nicht da kommen wir nicht entsprechen allen orden aber wahrscheinlich doch schnell mit euren klapot auf die kanone die beiden subgröpfe haben den letzten rumgeleert doch gift hat nur eins und um ihn auch nicht wieder von wind zu bringen piratenlabs graus aber wo ist das rezept da ist aufgetaucht aus dem nichts rezept für spiel für piratenlabs graus spiegel rohe heringe fein gemahlene schafe ok braten heringe und schafsmehl dazu umrühren fertig ok spiegel rohe heringe fein gemahlene schafe haben wir irgendwie was ohne pfanne und top ist das ding zu nix zu gebrauchen pfanne und töpfe jeder form und natürlich benebel sauber geschlägt bevor sie wieder in den schrank gestellt wurden pfanne genommen ok können wir die pfanne schon drauf stellen alles klar so ähm käftix für die pfanne ok da brauchen wir spiegelei kriegen wir ein spiegelei her sag mal vielleicht vom vogel ähm ok das müssen wir auffangen scheiße ok naaa das war knapp so das kriegt das kriegen werden das ist na toll na toll ja eier halten sehr schön ok das hat das erste mini spiel war das mein gott kann man schon rein alles klar so nun den rest dazu tun der ruhe heringe war das ne haben wir keine angel irgendwo ich verstehe das nicht captain wo bleibt die schiffe voller gold früher waren doch auch schätze verschifft ja heute nicht mehr da gibt keine schätze mehr bei meinen beiden als beiden mokapitän ich möchte endlich einen schatz so was haben wir denn hier okay doch sind schon wieder die deckenplatten runter gekommen sind dort sind die musik backbord steuerbord haha immer so steuerbord ach du heilige ach du heilige scheiße ey okay nicht der schon weder okay nichts 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 der hier okay auch wir müssen die richtige reihenfolge herausfinden war auch nicht okay das ist der unten links der heute Und dafür brauchen wir einen Schlüssel. Wo gibt es diesen Schlüssel? Hier. Okay, ich konzentriere mich nun. Ich konzentriere mich vollkommen. Den Stein habe ich jetzt nicht gesehen. Das ist okay. Ich kriege die Grieße gleich. Spule sie gleich vor, wenn es zu lange dauert. Natürlich ist auch keine Musik, ne? Boah. Nein! Kriegt die Grieße. Ich spurt es euch vor. Oh mein Gott. 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 Leute, uiuiuiui. Schlüssel habe ich, halleluja. Oh, ich hasse sowas ohne Scheiß. Oh, da muss man sich viel zu sehr stark darauf konzentrieren. So. Was haben wir drin? So ein Blödflug. Boah, habe ich irgendeine schöne Schatzhülle, aber kein Schatz. Das wird endlich wieder Bode geben, das Arr. Das war jetzt völlig umsonst, oder was? Ah, guck mal, okay, cool. Ausguckbesteigen. Das war jetzt völlig umsonst, oder was? Arr, irgendwas wäre so eine Eisenskette unterwegs. Problem in der Galleon mit irgendwas anderem. Ah, wieder runter. Wie heißt das? War das jetzt völlig umsonst, oder was? Oh Gott, das wäre völlig umsonst gewesen sein hier. Ah, warte mal. Leiter nehmen. Und damit kann man nichts machen. Okay, Blumen kann man auch nicht nehmen. Wir haben eine Leiter. Das heißt, wir können die Mühle auf jeden Fall schon runterholen. Ja. Machen wir das mal. Gude Mühle. Die Magdolid Fein Magdi. Ja gut. Äh, jetzt brauchen wir erstmal noch, ähm, äh, Heringe. Und, äh, was ist denn hier los? What the fuck? Ah, die Palme schnoddert weder. What the hell? Kampf. Klau zum Enter. Oh, Sachelep wohl, Hackenfutter. Oh, was für ein Kampfsystem. Was für ein Kampfsystem. Entergekloppe. Oh. Arr, Sieg. 28 Fallungspunkte. Yay. Ah, wie lange wird die Männer es nicht mehr an Ablenken können tun. Richtige Beute wird er immer dat. Da oben ist ein Schaf. Schafi. Ah, Schaf will er. Hoi. Zieh dich nicht. Was wird, das wird. Ah, okay. Wir müssen gegen das Schaf kämpfen. So, äh, ja. Das Kampfsystem ist sehr innovativ und alles und Entergekloppe heit. 45 Erfolgspunkte. Schaf gefunden. Die Musik ist schön.